Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich ein Loch in einer Rehgipswand reparieren und somit natürlich auch Löcher, zum Beispiel in einer Gipskartondecke, richtig schließen kann. Wenn du Bock davon hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir uns ein Gipskartonstück herschneiden, am besten rechteckig, was nochmal etwas größer als unser vorhandenes Loch hier ist. Und danach können wir nämlich dieses auch schon relativ mittig über unser Loch drüber geben und jetzt geht es einfach darum, dass wir mal mit einem scharfen Cuttermesser hier außen am Rand die oberste Kartonschicht von unserer Wand einschneiden. Wenn wir das haben, am besten mal mit einer kleinen Säge von der Mitte aus zu unseren vier Ecken hin sägen. Nun können wir unsere Ecken nämlich auch schon ganz einfach nach hinten umknicken und da mal mit unserem Cuttermesser noch hier reingehen, denn auf der Rückseite von unserer Gipskartonplatte befindet sich nochmal ein Stück Karton und somit kann ich auch schon diese einzelnen Stücke nämlich rausschneiden. Damit am Ende auch wirklich ein fachgerechter Übergang entstehen kann, sollten wir auf jeden Fall mal unsere Kanten noch anfassen. Nicht, dass wir am Ende doch irgendwo eine Rissbildung haben. Das geht am besten, wenn wir einfach mal mit einem Cuttermesser hier außen ansetzen und einen leichten Winkel in unsere Gipskartonplatten reinschneiden. Bei mir sollten die Kanten auf jeden Fall passen und jetzt geht es einfach darum, dass wir uns mal eine Holzlatte zusägen, die einfach auf beiden Seiten etwas länger als dieses Loch ist. Das tue ich auch schon mal relativ mittig ausrichten und mache mir einfach mal eine kleine Markierung, wo sich unser Loch befindet. Denn danach kann ich auch mal diese Holzlatte schon in dieses hineingeben. Achte auf meine Markierung, setze das Ganze relativ mittig und kann jetzt nämlich hier außen und natürlich auch da außen die Holzlatte mit unserer Gipskartonplatte verschrauben. Wichtig ist, dass unsere zwei Schrauben auf jeden Fall leicht in der Gipskartonplatte versenkt sind, dass wir sie auch schön zuspachteln können und bei einem größeren Loch könnten wir natürlich auch zwei oder sogar drei solche Holzlatten verwenden. Bei mir reicht aber eine auf jeden Fall, weswegen ich mal mein Gipskartonstück hier in die Mitte reinsetze und jetzt geht es einfach darum, dass ich auch nochmal diese Platte mit zum Beispiel zwei Schrauben befestige. Ich finde, das macht auf jeden Fall schon einen stabilen Eindruck und nun geht es darum, dass wir unsere Fugen am besten mal noch mit so einem speziellen Fugendeckband bzw. Fugendeckstreifen etwas überlappen lassen. Denn dieser hat nochmal den Sinn, dass wirklich hier am Ende keine Risse entstehen können. Zum Verspachteln gibt es natürlich auch die verschiedensten Hersteller und ich verwende jetzt einfach mal Knauf Uniflott Finish. Das kann ich jetzt nämlich einfach einmal hier auftragen, antrocknen lassen und dann nochmal ein zweites Mal drüber gehen. Hierfür gebe ich eine kleine Wulst auf meine Klettkelle drauf. Die Spachtelmasse ist jetzt auch nicht zu flüssig bzw. zu fest und jetzt geht es darum, dass wir mal die Spachtelmasse durch unser Gitterband hindurch in diese Fugen rein drücken. Deswegen erst einmal so seitlich schön wirklich reinpressen und danach können wir es dann auch nochmal ordentlich verspachteln. Die Spachtelmasse ist also sicher durch mein Gitter durch und jetzt kann ich wirklich einfach mal schön großflächig diese Spachtelmasse noch auftragen. Da muss man jetzt wirklich noch nicht zu fein arbeiten, da wie gesagt die Spachtelmasse gleich ja nochmal trocknen kann. Also zum Beispiel einfach über Nacht stehen lassen und dann kommt noch ein zweiter Spachtelvorgang drauf. Die zweite Schicht Spachtelmasse trage ich so auf, dass ich nochmal etwas weiter raus gehe. Das hat einfach den Sinn, dass ich danach nochmal einen schöneren Übergang zwischen diesen zwei Schichten hinbekomme. Und wenn das Ganze dann nochmal getrocknet ist, dann können wir mit einem Schleifpapier darüber gehen, die Fläche dementsprechend grundieren und auch wieder streichen. Wie man übrigens jetzt richtig schleift, richtig grundiert und natürlich auch eine Gipskartonwand richtig bemalt. Da habe ich auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal, die nochmal etwas detaillierter sind. Und somit haben wir so ein Loch in einer Rehgipswand auch schon richtig repariert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Kletter, so einen Fugendeckstreifen, Schnellbauschrauben oder natürlich auch Uniflot Finish zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.